Hallo Hannover, ich grüße euch von der Bautzlern Montagsmahnwache, da bin ich nämlich im Moment zu Hause. Ich finde es schön, dass hier ein paar mehr Leute noch sind, als ich gestern, letzten Montag in Braunschweig war, da waren es ein paar weniger. Ich möchte euch von ein paar Sachen erzählen, die bei uns in der Gruppe gewachsen sind. Und wir haben sehr lange über das Rechtssystem nachgedacht, ich möchte auch gleich anknüpfen an dem, was vorher hier schon geredet worden ist. Na, André Wermann kann ich kaum anfassen, der hat das wirklich toll geschrieben, was da vorgelesen wird. Aber später wurde dann noch einiges gesagt über das Völkerrecht und das Völkerrecht wird immer falsch verstanden. Das Völkerrecht ist das Gewohnheitsrecht der Mächtigen. Wer hat das Völkerrecht gemacht? Haben das die Völker gemacht? Oder haben das die Spitzen der jeweiligen Völker vereinbart für die Völker? Es ist also nicht vom Volk oder von den Völkern. Der zweite Punkt ist, wir glauben immer, wenn wir jetzt irgendwelche Rechtstexte lesen, da würde irgendwas an Gerechtigkeit gemacht. Das stimmt nicht. Es geht in den Rechtstexten nicht um Gerechtigkeit. Selbst bei Wikipedia wird Recht und Gerechtigkeit unterschieden. Wir können also nicht erwarten, dass mit diesem Rechtssystem Gerechtigkeit hergestellt wird. Der dritte Punkt an dem Zusammenhang ist, warum ist das so, dass das Recht nicht unser Recht als Volk darstellt? Weil dieses Recht nicht vom Volk gemacht wurde. Wenn man versucht, eine Verfassung zu finden, die von den gesamten deutschen Völkern gemacht wurde, dann wird man keine finden. Alle Verfassungen, ob es nun das Grundgesetz ist, das ja sowieso keine Verfassung ist, oder ob es 1919, 1918 ist, oder ob es 1871 ist, oder 1848, 49, all diese Verfassungen wurden von Eliten erzeugt. Und immer für das deutsche Volk oder für die deutschen Völker. Und das sind die Probleme, an denen fängt es eigentlich an. Wir müssen eigentlich ganz viel lernen, wir müssen uns damit befassen. Wir müssen es frei, also in freiem Gedankenaustausch damit befassen und lernen. Aber das dürfen wir nicht. In den Universitäten, in den Schulen wird sowas gar nicht gelehrt. Also die Grundlage des Rechts, wie das entstanden ist. Nur ganz selten. Wer weiß denn schon, dass das Recht entstanden ist durch einen illegalen Akt, durch eine Landnahme. In meiner Schule gelehrt, in den 70er Jahren. Eine Ausnahme bestätigt die Regel. Okay, also es gibt auch Ausnahmen, keine Frage. Aber in der Regel kann man das schon so sagen, wie ich es gesagt habe. Also wer weiß, dass das Recht entstanden sein soll, Karl Schmidt hat das geschrieben, das Recht entsteht durch Landnahme. Da geht also einer hin, besitzt ein Land und sagt, es ist meins und dann kann er die Regeln darauf bestimmen. So ist das Recht entstanden. Und irgendwann gibt es ja kein freies Land mehr. Und die Europäer haben es ja sogar gebracht, sind nach Afrika gegangen in den Kolonialzeiten und haben dann einfach Länder besetzt. Und da die Könige, die es da ja auch gab, die haben das ja nicht so gemacht wie wir. Deswegen können wir, das ist das freies Land, wir können das einfach übernehmen. Und dann ist das unser Land. Und die mussten sich mühsam wieder freikämpfen. Aber worin haben sie sich freigekämpft? In dem gleichen Rechtssystem, was die Europäer vorher gebaut haben. Das heißt also, wir haben hier insgesamt nur ein Herrschaftsrecht, das die Gewalt und Herrschaft der Eliten legitimiert. Mehr haben wir nicht. Wir haben nichts anderes. Dann geht es weiter. Wenn man weiter recherchiert, man kommt auf das Seerecht und auf das Landrecht und versteht nicht, was soll denn das? Verschiedene Rechtskreise und so weiter. Das hat alles einen Zusammenhang. Zum Beispiel aus dem Seerecht, das auch in den Stadtrechten in der Hanse weiterverbreitet wurde, entsteht später das Admiralty Law, also das Kriegsrecht der Engländer, das Seerecht der Engländer. Und daraus entwickelt sich das weiter. Auch das Handelsrecht ist mit diesem Teil verwandt. Und inzwischen will man über den UOC-Code ein weltweites Handelsrecht etablieren, das die einzelnen Staatsrechte verdrängt. Das ist der Prozess, der auch in Europa passiert. Und das bedeutet zum Schluss, dass wir alle ein Riesengeschäft sind. Wenn man also sich darüber wundert, warum jetzt hier über Produktionszonen oder Wirtschaftszonen geredet wird und das ein wichtiger Teil der Politik geworden ist, dann muss man sich nicht wundern, das ist angelegt. Das ist so gewollt. Das Staatsrecht, also dass eine Gruppe von Menschen sich zusammentut, eine oberste Ordnung vollzieht mit einer Konstitution und darunter leben will, das gibt es ja praktisch schon fast gar nicht mehr. Wir haben hier eine Treuhandverwaltung in Deutschland, die seit dem Krieg besteht. Das ist nicht unsere Regierung, die wir gewählt haben. Wir haben den Lagerverwalter gewählt, weil wir keine Souveränität hatten, als das Grundgesetz gesetzt wurde. Und woher kommt das Recht, dass Sie hier so reden dürfen? Das nehme ich mir. Das nehme ich mir. Und ich werde vielleicht dafür erschossen. Wer erschießt Sie dafür? Es kann ja sein. Wenn jemand das nicht gefällt, kann er mich erschießen. Das ist doch ganz einfach. So, ich nehme mir dieses Recht. Und natürlich hat man ein freilaufendes Tun, ist wesentlich produktiver als eins, das in Gefängnissen gesperrt ist. Also mache ich Freilandhaltung und lasse die Leute reisen. Und dann sind sie produktiver in der Wirtschaft. Das ist doch ganz klar. Ich muss den Leuten noch was anfüttern, damit sie gut arbeiten. Also muss ich nicht alles verbieten. Das habe ich ja gar nicht nötig. Aber wenn Sie sich mal anschauen, in der Präambel der UN-Menschenrechtscharta steht in der Einleitung bereits drin, dass die Herrschaft das Recht, das Menschenrecht schützen soll. Und in einem Artikel 29, lassen Sie mich mal ausreden, Artikel 29 Absatz 3 steht drin, dass die Menschen dieses Recht, die Menschenrechte nicht gegen die Ziele der UNO einsetzen dürfen. Und jetzt kommt der Clou. Die UNO ist als Kriegsbündnis gegen das Deutsche Reich eingeführt worden. So, das bedeutet, dass diese Menschenrechte unter das Kriegsrecht gestellt wurden. Und sie gelten nicht mehr für alle Menschen. Und wo ist dann dieses Menschenrecht universell? Es ist nicht mehr universell. Aufgrund der UN-Charta. Eine Frage. Ein junger Mann, der vorhin da drüben gestanden hat, kam ganz plötzlich, als ich eine Frage stellte, die in ihr konzeptlich reinpasste, mir sehr nahe. Das weiß ich nicht. Ja, der Herr stand da drüben. Jetzt plötzlich steht er mir sehr nahe. Hier steht auch ein Herr, der Ordnung dran hat. Ich fühle mich hier kein Konzept. Jeder Mensch hat hier Unterschiede. Kommen Sie doch mal her ans Mikrofon. Kommen Sie doch mal her. Kommen Sie doch mal her ans Mikrofon. Warum soll ich das Mikrofon? Na, weil dann die anderen Leute das auch hören. Was sie sagen. Also, ich biete Ihnen das an. Wir können darüber reden. Ist gar kein Problem. Das war das Mikrofon. Ja. Mir ist nur aufgefallen, dass ich, als ich hier eine Frage gestellt habe, die nicht so ganz in dieses Konzept passte, Ich habe eben die Frage gestellt, nachdem dieser Herr davon geredet hat, wie das Recht entstanden ist, gefragt habe, woher er sein Recht hat, hier zu sprechen. Ob das auch auf koloniale oder herrschaftliche Mächte zurückgeht. Und als ich diese Frage gestellt habe, merkte ich plötzlich, dass einige der Herren, die hier zunächst dort standen und dort standen, mir näher rückten. Auch dieser Herr kam sehr aufmerksam, weil er nicht hört, weil ich ohne Mikrofon spreche. Also, sprecht Sie ruhig weiter, Sie haben das Recht. Ja, ich möchte mal folgendes sagen. Da wird von Menschenrechten geredet und ich nehme das Menschenrecht wahr. Also kann ich mein eigenes Recht, dieses Menschenrecht, was in meinem Wesen drin ist, eben auch verteidigen. Und das tue ich. Dazu brauche ich kein BRD-Recht. Also, wir haben gesehen, ich habe ein bisschen was davon erzählt, was alles möglich ist, was man alles rausfinden kann. Und wir haben gemerkt, dass viele Leute darüber nicht Bescheid wissen. Und dann haben wir als Menschen, die sich von diesem BRD-System getrennt haben, eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir wollen eine Freiland-Universität gründen, die jedem die Möglichkeit gibt, ohne ein Vorwissen oder einen Schein haben zu müssen, daran teilzunehmen. Diese Freiland-Universität wird also offen gegenüber jedem Wissen sein. Und da soll offen diskutiert werden und die Ergebnisse sollen dann eben auch publiziert werden. Das ist das eine Projekt, was wir versuchen voranzubringen. Das zweite Projekt, was wir wollen, das hängt mit Friedensmahnwachen oder mit Friedenskonferenzen zusammen, Weltfriedenskonferenzen. Wenn Sie mal im Internet recherchieren, werden Sie feststellen, dass Sie keine Weltfriedenskonferenz finden, die nicht von der Elite initiiert oder übernommen worden ist. Also wir sollten als Menschen den Frieden bewirken und Friedenskonferenzen aufbauen, die vielleicht dezentral sind, die vielleicht ständig sind, wo wir ständig über den Frieden reden, so wie an dem Montag. Und dann versuchen, diese Konflikte, also Leute auszubilden, die in Konfliktgebiete gehen können, und die für uns dort den Frieden hinbringen, von uns den Frieden dorthin bringen. Das wäre eine solche Möglichkeit. Auch dafür haben wir eine Initiative gegründet. Man kann sich dann mit mir und anderen Leuten in Verbindung setzen, um das voranzutreiben. Ein weiteres Teil ist, wenn wir, ich hatte eben gesagt, wir haben uns von der Bundesrepublik Deutschland getrennt. Zwei Leute sind das, die sich getrennt haben. Die haben entsprechende Erklärungen abgegeben, dass sie diesem Rechtssystem der Verwaltung, der Treuhandverwaltung nicht mehr unterliegen und auch dem Herrschaftsrecht nicht mehr dienen. Wir haben angefangen schon 2009, ein Friedensrecht aufzubauen, was anders strukturiert ist, was nicht auf Konkurrenz beruht, sondern was auf Kooperation beruht, was den Frieden, den Ausgleich schaffen soll und nicht die Herrschaft sichern oder die Gewalt legitimieren soll. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und wenn es ein Menschen, ein Friedensrecht sein soll, dann sollte das auch von allen Menschen bestätigt werden. Also jedes Gesetz sollte dann, oder jeder Artikel sollte bestätigt werden von den Menschen selbst und nicht durch irgendwelche Leute, die gewählt werden. Da komme ich zum nächsten Punkt. Wir denken, Demokratie ist, wenn ich wählen kann. Na, das denken wir doch. Wenn ich jetzt meinen Abgeordneten wähle, das wäre Demokratie. Wird uns doch auch erzählt. Wenn ich aber nach Griechenland gehe, in die alte Zeit, wo das Wort Demokratie herkommt, dann steht da plötzlich, dass die Wahlen in Griechenland verboten sind. Da sind auch Steuern verboten. Wer Steuern zahlt, das hat eine Ehre gehabt, das zu tun. Freiwillig. Aber gewählt wurde da nicht. Da wurde abgestimmt. Da kamen die Bürger zusammen und haben abgestimmt über ihre Probleme. Wahlen waren verboten. Wann ging das mit Wahlen los in der Politik? Weiß das jemand? In der Römischen Republik wurde dann gewählt, wenn der Senat sich nicht einig werden konnte. Dann wurde ein Diktator gewählt. Und dieser Diktator hat dafür eine bestimmte Zeit die Handlungsfähigkeit des Senats sozusagen wiederhergestellt. Da ging es nach dessen Nase eben. Und nach dieser Zeit ist er wieder weggekommen. Dann kam der Nächste, wurde der Senat wieder einberufen und dann ging das wieder normal weiter. Es ging ja nur um die Handlungsfähigkeit. Was wir hier gemacht haben, wir haben eine römische Wahldiktatur zum Prinzip gemacht und nennen das dann Demokratie. Das sind solche Dinge, die man aber erst rauskriegt, wenn man sich mit den Sachen befasst. Wenn man wirklich reingeht in die Sachen. Einige Leute haben das gemacht, die können ihr Wissen weitergeben. Wir können auch das Wissen weitergeben, wie man beispielsweise einen Brunnen bohrt. Oder wie man ein Brot backt. Oder wie man was weiß ich irgendwas macht, was uns helfen kann, unsere Unabhängigkeit wiederherzukriegen. Denn wenn man beobachtet, wo kommt denn Agent Orange her? Das war ihre Sache. Monsanto. Womit hat Monsanto angefangen, sein Geschäft zu betreiben? Mit Saccharin, mit Koffein und mit Vanillin. Also mit den Waffen, mit den stillen Waffen, die jetzt in diesen ganzen Produkten drin sind und uns abhängig machen von diesen Produkten. Das heißt, es gibt ganz andere Waffen, denen wir ständig ausgeliefert sind. Wir brauchen nicht diese direkte tötenden Waffen zu benutzen, um die Menschen zu beherrschen. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen nicht den inneren Frieden herstellen. Das heißt nämlich, dass das Gehirn dann auf niedrigen Stoffwechsel geht. Da können wir nicht mehr denken. Sondern wir müssen Gelassenheit haben. Da innen drin soll es weiterarbeiten. Wir müssen die Probleme lösen. Aber wir müssen gelassen sein. Gegenüber den anderen, die anders denken. Weil wir ja den Frieden zwischen uns haben wollen. Innen drin haben wir dann immer noch, solange die Probleme nicht gelöst sind, keinen Frieden. Und es fehlt, das ist alles super, was du da gerade sagst. Aber es fehlt auch noch etwas ganz Gewaltiges. Also ich höre hier ab und zu mal, ja woher weißt du das, warum sagst du das denn? Und das kannst du doch gar nicht machen. Doch, ich kann das. Ich bin, ich kann das wirklich. Weil das kommt alles aus mir heraus. Und das, was noch fehlt in der Aufzählung ist Empathie. Wir brauchen dringend Empathie, um zu verstehen, was andere Menschen durchmachen, wenn sie bebombt werden, wenn sie ausgehungert werden, wenn sie flüchten müssen. Für wen? Wer diktiert das, dass Menschen so brutal leiden müssen? Ja, das ist richtig. Aber die Empathie brauchen wir auch noch für was anderes. Wenn ich nicht empathisch bin, kann ich mich nicht in den anderen Menschen hineinversetzen. Ich kann auch den anderen Menschen sozusagen nicht in mich hineinnehmen und dann eben fühlen, wie der andere fühlt. Und weil ich das, wenn ich das nicht kann, wenn ich also nicht empathisch bin, dann kann ich mir das nur ausrechnen. Und genau das machen die Soziopathen, die oben dran stehen. Das heißt also, wenn ich ja so an dieser Stelle weitergehe, ja, ich höre jetzt gleich auf, wenn ich also an dieser Stelle weitergehe, für den Frieden brauche ich die Freiheit. Und die Freiheit ist verbunden mit der Verantwortung. Je mehr Verantwortung ich trage, desto freier kann ich sein. Und das ist das Problem. Wenn hier in Hannover mehr Leute Verantwortung annehmen würden und hier zum Beispiel mithelfen würden, dass das hier auch organisiert werden kann, dann würden wir mehr Freiheit haben und damit mehr Frieden kommen. Wunderbar, ich hoffe, du bleibst unterhalten. Ach, wie schade. Aber das wäre noch eine Möglichkeit. Man könnte mich auch ordern. Ich kann viel mehr erzählen über ein paar Stunden über diese ganzen Konzepte. Dazu muss ich aber ein bisschen Geld kriegen. Okay, wir sprechen da noch drüber. Okay, wir sprechen da noch drüber.